Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar EAFC24 ist am Start und ich habe was Nices heute vorbereitet. Vorab, jeden Tag kommt ein neues YouTube-Shorts hier auf dem Kanal. Checkt das ab, lasst ein Abo auf YouTube da und ein Follower auf Twitch und dann gehen wir rein. So, wir gehen ins erste Rivals-Game. Erste Rivals-Game. Erste Rivals-Game. Erste Rivals-Game. Erste Rivals-Game. Erste Rivals-Game. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Blanket 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 Ja, kommt nicht. Wenn ich mich einmal anschalte. Ich habe mich einmal anschauen. Und der erste Rage-Gut, yes. Das Team ist echt geil, ne? Christiano hat 92 Schuss, kann trotzdem L2-Schuss sein. Interessant. Ich warte auf Taliska in Form. Oder Post, Team ist geil. Ich warte auf Taliska in Form. 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 Ich warte auf Taliska in Form.